Irgendwie will der das nicht, so wie ich das will. So, okay. Kurzer Rundblick wieder mal. Und dann geht's hier weiter. Kämpfe dich über die Plaza. Oh Mann, du denkst aber positiv. Ich glaub nicht, dass du wieder gesund wirst. Oh mein Gott. Überall. Ungeziefer. Ein paar Leichen verletzte. Oh mein Gott. Gar nicht gut. Und hier überall die Leichensäcke. Gibt's hier auch noch was Interessantes? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut. Gehen wir erstmal hier weiter. Ja. Hier rein. Verklaberst du? Uiuiui. Armer Junge. Mann, Mann, Mann. Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status gezielt. Mann, Mann, Mann. Krank. Sei still. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss die Welt retten. Okay. Oh, da hinten ist ein Alien. Zwei Aliens. Okay. Gehen wir erstmal einfach weiter. Machen wir mal kurz unsichtbar. Ich habe ja keine Waffe. Was soll ich so gegen die Aliens ausrichten? Denke ich mir zumindest. Das erfordert Genialität. Denken Sie an die Rinderkrise in Argentinien vor zwei Jahren. Oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrockenden Leichen? Nun, die SEF haben dafür eine ganz eigene Lösung entwickelt. Sie löschen uns aus. Sie lösen uns auf. Und dabei reduzieren sie die Umweltbelastung praktisch auf null. Vorbildlich. Kann ich nicht nehmen? Was soll das? Warum kann ich die Knarre nicht nehmen? Monitor kann ich benutzen. Aber die Schrotflinte kann ich nicht nehmen. Was soll das denn? Ist das ein Fehler? Ich hoffe nicht. Wasser. Glück, Glück. Naja, dann muss ich erstmal so weiter. Granaten habe ich ja bekommen, wie ihr gesehen habt. Dann... Ist das... Gehen wir hier weiter. Was ist das hier? Nichts. Noch ein Wasserkühler. Ach, Mann. Ist das schwierig, so einen Käfer zu kriegen. Ah. Gut. Was ist das denn hier? Souvenir schon wieder. Nehmen wir. Oh, ich... Krieg da... Scheiß Vieh einfach nicht. Okay, Granaten... Munition habe ich... Aber die Waffe fehlt mir immer noch. Was wird das denn? Ah, endlich. Geht doch. Ich brauche doch da Zeug. Gibt es hier irgendwas? Hier gibt es, glaube ich, nichts. Nein. Gehen wir hier lang. Auch nicht gekriegt. Okay. Ich habe immer noch keine Waffe. Da gibt es bestimmt keine. Ne, war klar. Nur die Leichen liegen hier überall rum. Müll liegt hier rum. Oder bis hier. Gehen wir mal gucken. Ist jetzt nichts Besonderes. Gehen wir hier weiter. Aha. Geht aber nicht auf die Tür. Ne. Gut. Dann muss ich hier wohl noch höher gehen. Wieder so ein Käfer. Noch weiter rauf. Liegt nur wieder einer rum. Aber ich denke mal, da bin ich richtig. Da steht auch Exit. Ich habe ja nur alles. Was ist jetzt? Kann ich sie nehmen? Ne, immer noch nicht. Nun kann ich sie nicht nehmen. Ich will die. rein da. Kann ich sie jetzt nehmen? Ne, immer noch nicht. Und die hier? Auch nicht. Warum nicht? Ich kann die nicht nehmen. Oh Mann. Das finde ich nicht so gut. Tarn-Modus. Denn das ist alles Teil desselben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Abstoßend. Ja. Aber auch faszinierend. Ich will eine Waffe. Gebt mir eine Waffe. Oder muss ich erst so einen Alien töten, damit ich so eine Waffe kriege? Könnte natürlich auch sein. Hm. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Okay. Das war schon mal nichts. Gesundheit kritisch. Ist klar. Oh, der kann mich trotzdem sehen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay. Da mache ich wieder eine Pause. Bis gleich, Leute. So, weiter geht's. Letzten Spielstand laden. Gut. Jetzt habe ich auch wieder eine Waffe. Alter, das war jetzt irgendwie komisch. Gerade hatte ich ja keine und ich konnte keine nehmen. Oder ich habe irgendwann nicht gerafft. Das kann natürlich auch sein. was? Ja. Das ist alles Teil des selben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. abstoßend, ja, aber auch faszinierend. Aber auch faszinierend. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Ich erst mal hier, so wie ich gerade gemacht habe. Genau. Oh, der hält aber viel aus. Okay, das habe ich auch. Das Wesen. Das Alien. Erst mal unsichtbar machen. Oder vorne sehe ich Munition. Das ist gut. So, wo seid ihr? Wo seid ihr Munster? Okay. Jawoll. Ah. Nee, ne? Was war das denn jetzt? Irgendwie hat er nicht gemacht, was ich wollte. Irgendwas stimmt hier doch nicht. So. Nochmal. Da ist es noch meine Waffen. Ja. Denn das ist alles Teil des selben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Abstosend. Ja. Aber auch faszinierend. Da greift ich doch an. Ja. Ja. Da greift ich doch an. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Stimmendlich. Wann. Ich zerfetz dir das Gehirn. Gib mir einen Muni. So. Wo sind die anderen? Ich weiß, ihr seid in der Nähe. Hast du dir so gedacht? Wo ist er jetzt? Irgendwie sehe ich ihn jetzt nicht. Da ist er. Ah, steh auf. Na, endlich. Gib her deine Katalysatoren. Hab ich ihn jetzt? Ne, doch nicht. Der hat sich noch bewegt. Die suchen auch richtig schön Deckung auf, die Säcke. Okay, den hab ich. Na, komm. Den hab ich auch. Oh, da ist noch einer. Oh, der ist... Wo kam der denn jetzt her? Doch. Hier. Hier. Da krieg ich keine Katalysatoren davon. Wann ich halt nicht? Na? Der greift nicht an. Da muss ich angreifen. Gib her die Muni. Was ist da los? Oh, da unten ist er. Der greift an. Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Die verstecken sich ja. Ich hätte die für mutiger gehalten. Muss ich gleich auf jeden Fall hin. Katalysatoren holen. Okay. Okay. Er lag nun hier. Ich hab die Waffe. Ich hab die Waffe. Doch, jetzt. Jetzt hab ich ihn. Die Waffe. Ich hab ihn.